Für den Großteil aller Fußballfans ist Cristiano Ronaldo einer der besten Spieler überhaupt. Er hat eine wahnsinnige Karriere bislang gehabt, die auch noch nicht vorbei ist. Also er ist 37 Jahre alt und trotzdem gibt er noch Vollgas bei ManU. Wirkt erstaunenswert, muss man sagen. Und ich habe mich dazu entschieden, ihn einfach mal, ja wie heißt das, jung wieder zu machen. Auf Alter von 18 Jahren startet er wieder bei Sporting mit einer 75er Gesamtstärke. Und wir werden mal sehen, was er dort reißen kann. Ich schmeiße ihn in den Sporting-Kader rein, den heutigen. Und hoffentlich bekommt er auch etwas Spielzeit. In der ersten Saison wurde Robert Lewandowski Ballon d'Or-Sieger. Äußerst realistisch, würde ich mal sagen. Und hier seht ihr noch das Team of the Year. Ja, wie heißt das, viele ManCity-Spieler mit Bayern-Spieler Kimmich und Lewandowski gepaart. Mal sehen, ob Lewandowski, ach wie heißt das, Lewandowski sag ich schon, ob Ronaldo auch mal dort vertreten sein wird. Die Saison ist vorbei, wir sind jetzt gespannt, wie haben wir abgeschnitten. Und wir sind auf dem ersten Platz gelandet mit Sporting sogar direkt in der ersten Saison. Nicht schlecht, im Pokal sah es dafür nicht so gut aus. Wir haben im vierten Finale direkt verloren gegen Santa Clara. Und ja, Santa Clara hat auch am Ende sogar den Pokal geholt. In der Champions League sind wir dritter Platz geworden. Eigentlich relativ knapp sogar. Hätten wir einen Sieg mehr gehabt gegen Dortmund oder Ajax, werden wir sogar weitergekommen. Aber der dritte Platz ist auch in Ordnung. Wir sind in der Europa League und die Champions League hat Barcelona am Ende gewonnen gegen Paris Saint-Germain. In der Europa League konnten wir uns durchsetzen in der ersten Runde. Aber dann war auch schon im Achtelfinale gegen unseren Liga-Konkurrenten Braga Schluss. Haben wir leider unterlegen oder waren wir unterlegen. Und am Ende hat es Olympique Lyon gemacht. Hier sehen wir nochmal die Statistiken von Ronaldo am Ende der Saison. Er ist nicht häufig zum Einsatz gekommen, hat nur ein Tor gemacht, also nicht so stark. Und ich würde sagen, wir werden in der zweiten Saison weiterhin bestporting bleiben. Wir gehen in die zweite Saison und haben auch ein Angebot bekommen von Inter Mailand sogar. Aber ich würde sagen, wir lehnen es ab, weil Ronaldo zu schwach dafür war in der ersten Saison. Und stattdessen wird der Vertrag erstmal vorerst verlängert. Hier sehen wir nochmal die Statistiken von Cristiano Ronaldo am Anfang der zweiten Saison. Wir trainieren ihn weiterhin als Inversa-Flügelspieler, der mit der Tempo, Schießen und Dribbling dazu bekommt. Und ja, Spieler des Jahres wurde Mohamed Salah auch, wie heißt das, deutlich realistisch, muss ich sagen. Ist ja in einer wahnsinnigen Form momentan. Und hier sehen wir noch das Team of the Year. Diesmal ein bisschen durchgemixt da, nicht nur Man City oder ich glaube sogar gar kein Man City, sondern nur Barcelona, Paris und Bayern. Die zweite Saison ist vorbei. Wir schauen wieder auf die Tabelle und wir haben es nicht geschafft, Meister zu werden, sondern sind dritter Platz geworden. Im Pokal sind wir auch wieder im Viertelfinale ausgeschieden gegen Porto. Und Porto heißt auch der Sieger des Cups am Ende. In der Champions League sind wir auch wieder auf dem dritten Platz gelandet. Knapp mit einem Punkt hinter Neapel. Leider ja, die eine Niederlage gegen Celtic war da wohl entscheidend. Und das heißt, wir sind wieder in der Europa League vertreten. Und ja, im Finale konnte Barcelona, nee, konnte nicht Barcelona diesmal gewinnen, sondern Atletico Madrid. Ja, in der Europa League konnten wir uns durchsetzen gegen Marseille am Anfang 4-2. Im Gesamtergebnis ist es in Ordnung, würde ich sagen. Im achten Finale konnten wir uns sogar gegen Dortmund durchsetzen. Das war auch stark, auch wenn es nur knapp war. Und im vierten Finale war dann leider gegen Tottenham Schluss. Und ja, im Finale hat es dann Juve geholt gegen West Ham United. Wir werfen wieder einen Blick auf die Stats von Cristiano Ronaldo am Ende der Saison. Er ist auf eine 81 hoch, hat aber auch wieder nur sieben Spiele gemacht. Drei Tore dafür und eine Vorlage. Ja, das ist nicht souverän. Und ich würde sagen, Ronaldo, der wird Sporting verlassen, da die Konkurrenz auf dem Flügel zu hoch ist. Beziehungsweise wird nicht eingesetzt werden. Und mal sehen, wo es hingeht. Wir gehen in die dritte Saison und für Cristiano Ronaldo kamen Angebote rein. Einmal von Leverkusen und von Lazio Rom. Ich würde sagen, wir wechseln auf jeden Fall nach Leverkusen in die Bundesliga. Und ja, wir folgen ihm natürlich auch als Trainer dorthin. Und hier sehen wir nochmal die Stats von ihm am Anfang der dritten Saison. Wir werden ihn auch als Stürmer trainieren, also umtrainieren. Da wir im Kader sonst eventuell wieder Probleme haben werden, da Diaby auf dem linken Flügel unangefochten ist. Und im Sturm sollten wir aber Chancen haben auf Einsatzminuten. Den Ballon d'Or konnte Kylian Mbappé sich holen. Also ich schätze mal langsam wird die Zeit kaum, wo er durchdrehen wird und ein paar Auszeichnungen gewinnt. Und ja, das Team-Ossi hier seht ihr hier auch noch, ja wie heißt das, geprägt wieder von Liverpool, Paris und Bayern München. Die Saison ist vorbei und wir schauen mal, wo wir gelandet sind. Und ja, wir sind auf dem dritten Platz gelandet. Hinter Dortmund und Bayern auch etwas abgeschlagen. Aber ich denke mal, dritter Platz ist vollkommen in Ordnung für die Champions League, uns zu qualifizieren. Und ja, im Pokal konnten wir uns am Anfang durchsetzen, wohl gegen St. Tausend. Auch wenn es echt knapp war im Elfmeterschießen erst, dann in der Runde 3 gegen Freiburg war aber auch schon Schluss. Und am Ende hat es dann sogar Dortmund gemacht gegen Freiburg. Interessant wird es jetzt in der Champions League. Wir konnten uns problemlos durchsetzen in der Gruppe, obwohl Manchester City bei uns da war. 15 Punkte am Ende der Gruppenphase, das ist echt stark. Muss man sagen. Und ja, im 8. Finale konnten wir uns auch sogar gegen AC Mailand durchsetzen. Also noch nicht mal ein einfaches Los, würde ich mal sagen. Im 4. Finale dann sogar gegen Manchester United, da haben wir uns durchgesetzt. Das ist echt krass. Im Halbfinale war dann aber gegen Manchester City wieder, ja, waren wir unterlegen. Und Manchester City hat es auch am Ende gemacht gegen Real Madrid. Hier sehen wir nochmal die Statistiken von Cristiano Ronaldo am Ende der dritten Saison. 23 Tore, eine Torvorlage geht vollkommen in Ordnung. War auch ein wichtiger, ja, wie heißt das, wichtige Säule, dass wir so weit gekommen sind in der Champions League. Er ist auf einer 85 und ich würde mal sagen, er ist bereit für den nächsten Schritt. Es geht weiter mit der vierten Saison und ja, wir haben Angebote bekommen von einmal Barcelona und von AS Monaco. Und ich würde sagen, wir entscheiden uns für Barcelona. Es ist ja, wir gehen ja hier einen anderen Weg als Cristiano Ronaldo in echt und ja, finde ich ganz interessant zu sehen. Wir folgen ihm natürlich auch als Trainer und hier seht ihr auch nochmal die Mannschaft von ihm. Hier sehen wir nochmal die Statistiken von Cristiano Ronaldo am Anfang der vierten Saison. Ja, wie heißt das, wir trainieren ihn weiterhin als Knipser und hier sehen wir auch noch das Team of the Year. Ja, wie heißt das, diesmal sogar ein paar Barca-Spieler dabei mit Ter Stegen, Süle, Ferran Torres und de Jong. Und ansonsten würde ich sagen, ja, sind es halt Liverpool, Bayern, diesmal auch Manchester United, vor allem ein paar Mal vertreten. Und ja, den Ballon d'Or habe ich leider verpasst oder konnte ich nicht sehen. Wir sind am Ende der Saison und schauen natürlich auf die Tabelle. Real Madrid einfach nur 6er Platz, ganz komisch auf jeden Fall. Und am Ende konnten wir tatsächlich es nicht schaffen gegen Atletico Madrid. Ein Punkt hat uns gefehlt, das ist absolut ärgerlich. Im spanischen Pokal konnten wir uns am Anfang durchsetzen gegen Amor Vita. Im 8. Finale konnten wir uns dann auch gegen Sevilla sogar durchsetzen mit 2-0. Und auch gegen Atletico Madrid im 4. Finale. Im Halbfinale dann sogar gegen Real Madrid. Wird alle guten ausgeschaltet, aber am Ende haben wir verloren gegen Real Sociedad. Schade. In der Champions League konnten wir uns souverän durchsetzen in der Gruppenphase. 16 Punkte ist, ja, wie heißt das, äußerst stark, würde ich sagen. Hatten keine Probleme. Dann im 8. Finale haben wir uns auch gegen Wolfsburg durchgesetzt. Also eigentlich ein relativ einfacher Gegner, würde ich mal sagen. Gegen Sporting im 4. Finale auch nicht allzu hammer das Los. Und dann im Halbfinale konnten wir uns sogar knapp durchsetzen gegen Paris Saint-Germain. Und stehen im Finale gegen Manchester City. Wir werden sehen, ob wir es schaffen. Wir werden das Spiel simulieren. Und hier seht ihr die Kader von beiden. Aber wir haben verloren. 3-1, ne? Ronaldo zwar ein Tor, aber hat nichts gebracht am Ende. Hier sehen wir nochmal die Statistiken von Cristiano Ronaldo am Ende der Saison. 30 Tore, zwei Vorlagen. Geht vollkommen in Ordnung. Er ist auf einer 87 hoch. Und ich würde sagen, wir bleiben ein weiteres Jahr bei Barcelona. Wir gehen in die 5. Saison mit Barcelona. Hier seht ihr einmal das Team und auch noch die Stats von Ronaldo am Anfang der Saison. Und mal sehen, was möglich ist. Spieler des Jahres wurde Kedian Mbappé. Ich schätze mal, auch in Zukunft kann es wohl häufiger passieren. Außer Ronaldo wird ihm natürlich vom Thron stoßen. Aber ja. Hier im Team of Sevilla ist er aber tatsächlich nicht dabei. Es ist ganz komisch. Ganz komisch. Aber ein anderer Spieler ist da vorne im Sturm. Und zwar Cristiano Ronaldo hat es schon mal geschafft ins Team of Sevilla. Ich bin gespannt, was in Zukunft noch möglich ist. Wir sind am Ende der Saison. Wir sind erster Platz tatsächlich geworden. Vor Real Madrid und Atletico. Auch wenn es knapp war. Das ist doch mal sehr gut. Und im Supercopa konnten wir auch so gewinnen. Nachdem wir Real Sociedad rausgekickt haben, konnten wir das Finale für uns entscheiden. Und im spanischen Pokal konnten wir im 8. Finale gegen Cadiz gewinnen. Dann gegen Atletic Bilbao im 4. Finale. Gegen Real Sociedad im Halbfinale auch noch relativ sicher. Und im Finale gegen Real Madrid haben wir leider 3-1 verloren. Schade. Die Frage ist jetzt, wie haben wir in der Champions League abgeschnitten? Wir wurden 2. Platz in der Gruppe nur hinter Leicester City. Also nicht so stark. Und im 8. Finale sind wir auch schon direkt rausgeflogen. Gegen Manchester City. Und am Ende hat es Atletico Madrid gemacht. Am Ende der Saison werfen wir nochmal einen Blick auf die Statistiken von Cristiano Ronaldo. Er ist mittlerweile auf 1,90 und hat 33 Tore geschossen und 5 Torvorlagen. Das lässt sich auf jeden Fall sehen, würde ich sagen. Und ja, aufgrund der schwachen Leistungen von Barcelona in der Champions League werden wir den nächsten Schritt gehen und nochmal wechseln. Zur 5. Saison von Cristiano Ronaldo haben wir verschiedene Angebote bekommen. Einmal von Chelsea, dann von Manchester City und auch tatsächlich von Eintracht Frankfurt. Ganz komisch. Ich würde sagen, wir gehen aber nach Manchester City, da wir dort die höchste Titelchance haben. Einfach hier seht ihr das Team im Hintergrund gerade. Und dann auch nochmal die Stats von Cristiano Ronaldo am Anfang der 5. Saison. Den Spieler des Jahres konnte ich leider nicht sehen. Dafür aber das Team aus der Hier. Ja, wie heißt das? Geprägt auf jeden Fall von Paris Saint-Germain-Spielern. Ja, Cristiano Ronaldo leider nicht mehr dabei, aber vielleicht demnächst. Wir wurden einfach rausgeschmissen. Wir wurden einfach entlassen. Keine Ahnung warum, aber was gut ist, bedeutet es meistens nicht. Die Saison ist vorbei. Ich bin mal gespannt, woran es gelegen hat, dass wir rausgeflogen sind. In der Liga sind wir auf jeden Fall erster Platz geworden. Daran kann es nicht gelegen haben. Im FA Cup hat Southampton gewonnen, auch echt ein bisschen komisch. Und im Carabao Cup konnten wir gegen Manchester United gewinnen. Wir werfen den Blick in die Champions League und in der Gruppenphase konnten wir uns souverän durchsetzen noch. Ja, wie heißt das? Bayern nur dritter Platz geworden. Also das ist auch ganz komisch, würde ich sagen. Im Achtelfinale war dann aber auch schon Schluss für uns gegen Inter Mailand. Und am Ende hat es Real Madrid oder Liverpool gemacht. Das habe ich vergessen aufzunehmen. Hier sehen wir nochmal die Statistiken von Cristiano Ronaldo am Ende der Saison. Er hat 36 Tore geschossen, 6 Torverlagen. Also das ist sehr stark, würde ich sagen. Und er ist hoch auf eine 92 mittlerweile. Ich würde sagen, wir bleiben bei Manchester City und gehen ins letzte Jahr. Vielleicht ist diesmal der Champions League Titel drin. Wir gehen in die letzte Saison mit Cristiano Ronaldo. Und hier seht ihr einmal die Stats. Wir trainieren ihn auf dem rechten Flügel, da wir jetzt auf Vollgas gehen und Mbappé mit verpflichtet haben. Er hat es geschafft. In der letzten Saison wird Cristiano Ronaldo Spieler des Jahres. Und was noch viel krasser ist, ist eigentlich das Team of the Year. Schaut euch es an. Es ist wirklich nur von Manchester City Spielern voll. Bis auf Frankie de Jong. Und das hat einfach den Grund, weil wir in einer 4-3-3-Formation spielen. Also drei Stürmer haben. Und im, ja wie heißt das, dass Totti aber im 4-4-2 ist. Deshalb hat Frankie de Jong es noch reingeschafft. Sonst wäre ich mir sicher, dass wir das ganze Team of the Year wären. Die Saison ist vorbei. Wir schauen, ob wir auch Titel holen konnten. Ja, in der Liga wurden wir leider nur dritter Platz. Man United hat die Meisterschaft geholt. Den FA Cup konnte Liverpool gewinnen. Und den Carabao Cup Chelsea. Also leider nicht so erfolgreich. In der Gruppenphase konnten wir uns durchsetzen auf dem ersten Platz vor Leipzig. Im 8. Finale konnten wir dann auch Leverkusen rausschmeißen. Und im 4. Finale, ja wie heißt das selbst, sogar Chelsea. Aber im Halbfinal unterlagen wir Real Madrid, die es dann am Ende auch gewonnen haben gegen Paris Saint-Germain. Hier sehen wir nochmal die Werte von Cristiano Ronaldo jetzt am Ende von unserer Spielerkarriere. Und hier sehen wir die Teamstatistiken. Mbappé, der beste Spieler, aber ja gut, Cristiano Ronaldo war auch jetzt auf dem rechten Flügel. Ja, mit einer 93, 19 Tore. Eine Torvorlage ist trotzdem stark und er wurde Spieler des Jahres einmal. Das ist nicht schlecht. Vor allem dieses Totti war echt krass. Und ja, mal sehen. Freut euch auf die nächste Spielerkarriere. Es wird wahrscheinlich Messi sein.